Nach 800 Metern, nehmen Sie die Ausfahrt, Ruhr A5, Richtung Eichach. Nehmen Sie die Ausfahrt. Schnee, schon hier. Nur hier, nur hier. Es war nur Schnee, es gab nicht nur Schnee, aber es war schon Schnee. Und das war schon ein bisschen ab. Biegen Sie den Kreisverkehr links ab, dritte Ausfahrt, Ruhr A5, Richtung Eichach.